Wir sind Hempelmann. Ob von zu Hause aus oder aus dem Büro. Ob in Hildesheim, Nordhausen, Göttingen oder einem unserer anderen Standorte. Wir sind für unsere Kunden da. Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite bei technischen Fragen oder Produktberatungen und bauen gemeinsam mit dem Fachhandwerk an der Welt von morgen. Denn eure Zukunft ist unsere Welt. Wir verkaufen die Haustechnik von morgen. Das ist mehr als nur schöne Bäder. Photovoltaik, Wärmepumpen, Wohnraumentlüftungen und vieles mehr. Mit unserer Produktpalette begleiten wir die Energiewende aktiv. Und wenn es einmal an der Baustelle hakt, so helfen wir in einem von unseren knapp 20 Abexen direkt weiter. Regional, zeitnah und direkt. Damit ihr ein warmes Zuhause habt. Doch nicht nur die Haustechnik, sei es im Innen- oder im Außendienst, liegt uns am Herzen. Auch im Rahmen der Digitalisierung begleiten wir unsere Kunden aktiv. Durch unsere digitalen Produkte und Apps halten wir dem Fachhandwerk den Rücken frei. In unseren sechs Ausstellungen bieten wir euch aber auch Inspiration und Badplanung zum Anfassen. Wir lassen aus Badträumen Traumbäder entstehen und beraten ganz individuell in jeder Lebenslage. Nicht nur unsere Bäder sind ein Traum. Mit unserer modernen Logistik sorgen wir dafür, dass unsere Kunden ihre Bestellungen zeitnah erhalten und damit ganz im Schlaf beliefert werden. Unsere größte Stärke sind jedoch nicht unsere Produkte, sondern unsere knapp 350 MitarbeiterInnen und Auszubildenden. Wir bilden das Fachpersonal von morgen selbst aus, ob im Vertrieb oder in der Logistik. Und wir binden unsere Auszubildenden von Anfang an aktiv mit ein. In spannenden Projekten und interessanten Schulungen lernst du so nicht nur für deine Ausbildung, sondern fürs Leben. Die Freizeit kommt auch nicht zu kurz. Ob mit flexiblen Arbeitszeiten, E-Bike-Leasing, Firmenfitness über Hansefit, das sind nur einige Beispiele, um dir am Ende des Tages ein wenig Ausgleich zu bieten. Bei uns ist immer etwas los. Mit unseren rund 40 LKW und Sprintern sind wir in der Region für euch unterwegs. Fahr mit uns gemeinsam in Richtung Zukunft. Wir sind Hempelmann. Wir setzen Maßstäbe. Wreselmann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020